Und dieser Fischung war völlig gratis, normalerweise 5 Euro, aber heute früh. Emil, jetzt kommt, du kannst jetzt auch mal richtig was zeigen, er kommt aus der Schmiede, hier gecoacht vom Markt, letztes Wochenende oder vor zwei Wochen. Unter Druck werden Diamanten gebracht. Aber die Gebühr können auch bei mir bezahlen, danke. Oh, hier, der Rufus Turo Dexai Readers. Ganz schön warm hier bei mir. Rupa! Rufus Turo Dexai Readers Rufus Turo Dexai Readers Das neueste Eisen, geschmiedet aus der Surfboard-School hier vom Heißpark. Coached bei Marc A.C. Okay, der Ben wie das noch. Oh, wir haben noch ein bisschen Leben, sondern kommt hier gerade vorbei. Der Anastasia, primetime moderator. Super, geht mal ein bisschen mehr. Ein kurzer Dräger, den Benzchen, Eisner, Kaste! Lennart, Kaste Raktion! Gott, 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 Gott! Platzzeit, let's go! Sieber Bittermönch! Auf dem Platz! Baaah! Bestimmt! Jetzt macht Platz für Dennis Fox! Baaah! Baaah! Platzzeit, Anyu, Bute, West, Q-Shift! Victor Amelen! Halt sich raus! Wuh! 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 Das ist so kaufstabend! Wuh! So, hier die ganzen Surfer-Dudes sind natürlich ziemlich cool, ist klar! Wir sind ja alle dafür da! Aber wir haben natürlich auch noch ein paar andere spektakuläre Sachen dabei! Es gibt Surf-Bobbing! Surf-Bobbing is not a crime! Und wir halten hier den Rainer! Der Rainer mit seinem Australi-Buddy macht jetzt hier Buddyboarding auf den Mini-Brows Buddyboard! Daaaah! 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 Das ist normal, dass man ab und zu auf die Kresse blieht! Part 2 Wings! Ich glaub Ayrschow is still going! Yeah! Victor! Sunset Air Reverse, Tail High, Dominik Bieneke, Shovel with the Twin Thin, beautiful, right there. Dennis Furtzinger, Zack, Domination, Wunderschöner, Zack, Zack, Maja, Sunset Air Reverse, Arthur, Valester Schneider, Babam, Babadabing, Babadabay, Furtzinger, Daniel, Daniel, Paul, Muta, Holy Black on the way, Marius Gerda und Nelly White on the way, Beide, mit Fleischbeik, gegen Fleischbeik, Leute, Party World, Party World, Alle rein, alle rein, alle rein, Party World, Eismach Champs, 2023, Eismach Champs, 2023, Thank you everywhere for Bieneke, Alter, alle in die Weile, alle rein, alle rein, alle rein, Eismach Champs, Es ist das Paar, Es ist Reddy, Reddy probiert das Paar auch, Eismach Champs, Eismach Champs, Eismach Champs, Eismach Champs, Der Ruf ist Max immer zur Ebis, ohne Poppät, Schöne Sitzchen, Aber jetzt, wenn nicht mal alle, Party World, Alle, alle, Jeder, Jetzt, jeder zu, Mit der Ruf, Hier klappt es ja kaum, zu wenig Leute auf der Welle, hier nur 3, 10 nur 3, jetzt ist nur einer, was ist hier los? 2, das hält mir, kein dummes Buch, der Regal-Eintrag, oder was sagst du, Doshi? Ich möchte sagen, da kriegen wir noch ein paar mehr über die Welle, Arthur Reiger, David Reiger! Herr Kutz, hier beim Lashen, liebes Publikum, wer mich hören kann, ich zähle von 3 Rättern, und dann will ich das mal richtig auf die Presse leer machen. 3, 2, 1, Eisbach-Jam! 3, 2, 1, Eisbach-Jam, 2023, München, Eisbach, wir sind die River Surf Studios! Ja, Yoshi, was du gar nicht mitgekickt hast, meine Freddy hat auch noch mal zwischendurch den Surf-Pop aufprobiert, ist das eigentlich ziemlich schwierig mit dem Surf-Pop? Ja, das kann man einfach machen, das ist schon mal knapp. Nee, mit Hals stieße, das ist nicht okay. Nur für Profis, ja! Ähm, und Mickey Mouse, Waddy-Bow-Din ist auch nur für Profis! Waddy-Bow-Din ist auch für Profis! Waddy-Bow-Din ist auch nur für Profis! Waddy-Bow-Din ist auch für Profis! Waddy-Bow-Din ist auch für Profis! Waddy-Bow-Din ist auch für Profis! Ich bin glaube ich keiner Endung, das ist schon mal ganz schön die Gewinne. Wie ist das denn? Mö Kutz, ja, klar, klar! Wir sind ja auch für Profis, ja die Auswirkungen! So, Freddy, ich hab's gar nicht richtig mitgekriegt, könntest du noch mal? Oh, ja, jetzt hier. Die Maler trainiert uns selbst bei den Meistern, aber es ist natürlich eine schwere Disziplin, man braucht die richtige Technik dafür. Vielleicht kann ich da gleich noch mal eine kleine Einweisung geben. Safety first, deswegen hab ich auch noch mal am besten an. Oh, da wird die Puhnudel gehen, kampf um die Puhnudel, jawohl, das ist der Fall, den wir sehen wollen. Hat er sich durchgesetzt, der Dreieige-Zwinning. So, liebe Leute, so, alle. Das ist der Fall, den wir sehen wollen. Wunderschönes Ding, vollkommen in den Würzeln. So, jetzt könnt ihr aber schon mal alle die Foto-Fupper-Ferrate rausholen. Denn während hier diese Biersalz-Challenge beginnt, sind der Rainer Surfbobben. Deswegen müssen wir mal die endlose Ehrshow-Kotzen verbrechen, damit der Rainer Surfbobb heißt allenfalls Ply Romity. Also, du kennst die Taktik, Füße auf die Hinten rasten und du musst im Prinzip die ganze Zeit ein Wheelie machen. Du musst so richtig ein Wheelie machen, wie beim, genau, bis weiter vorne, weiter vorne. Jetzt sitzen wir es gar nicht in, du musst hoffen, schön hoffen. Ja, komm, jetzt, jetzt, alle, alle, alle helfen in seiner Achts-Party. Also, da muss auf jeden Fall eine Wüte werden. Kann das mal in meine Surfbobb-Schule kommen? Hey, Heiner, 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 Heiner. Surfbobb-Schule beim Heiner, don't miss it. Lessons every fucking Sunday day. Okay, liebe Serpa, everyone please, brav ein Bier. Liebe Serpa, heben euch nach ein Bier. Alle Serpa hier rüber, wollt euch ein Bier. Aber Peter, you piece. Lukas, motherfucking Brüner. Alle so für ein Bier und dann alle auf die Welle. Alle rein! Alle rein! So, sehr gut, jetzt haben wir schon zwei, drei Leute und vier auf die Welle. Oh, da wird schon der Ex, der Jakob zieht schon rein! Donny zieht schon rein! Ohne Bier, kein Serfen, jawohl! Das ist schon der erste Biertrinker reingeklöscht! Was machen denn dann Leute ohne Bier auf die Welle? Hallo! Das muss auf jeden Fall raus! Nur mit Bier! Ja, der Schilder muss bitte die Welle frei machen! Da hängt doch den Wrestling her! Schau! Mit Schöp, wo seid ihr? Das hat nicht so funktioniert! Dann Appell an die Söpfer! Bier! Auf die Welle! Dennis, ruhig und scheiß Bier auf die fucking Welle jetzt! Warnung ein! Bier und Welle! Trägt ich mich hier nicht konkret genug aus oder wie oder was? Ja! Ah, ich bin da noch mal! Schau! Yo! Der Lenny und der Luki und der Simon scheinen sich eine Welle! Mit dem Bier! Es werden Flaschen mit Zähnen geöffnet! Ey, ja, ja! Das ist gut! Das ist gut! Ja! Das ist gut! 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 Ja! München, Rapid Jam 2023 hier an Eisbach im fucking München. München, ihr seid ihr! Flaschenöffner auf der Welle, kann ja jemand mit dir einen Flaschenöffner auf die Welle bringen, das wäre ganz nett. Flaschenöffner oder vorzumachen, ganz wichtig gerade, auf die Welle, in die Mitte bitte, damit der Zahnarzt nicht meckert. Schön zu sein und bei Monica! Schasseln auf der� describes los! Ich glaube, ich habe einen Hylen gesehen. Ich habe einen Richard. Ich bin ein Richard. Ich bin ein Richard. Das war's für heute. ... ... ... WOOOOOOH! WOOOOOOH! WOOOOOOOH! BATCHER L.U. BORIS! KLEIN HALT! NICHT DA HOMI! BABING BABANG BADABANG BING! OHHHHH! HOMES IN DEFEN! HOMES IN DEFENHÜ! GLEINES BING, ALTER! Ich sag! BATCHER L.U. BORIS! Guck mal! Das war's für heute. Aber wenn einer ist, ist es eigne! Die Leute, ich möchte eine, erste, eine gleiche! Ersche! Let's win it! Auf der Front, der Frontside, in Reverse! Ben Girardi, they're dropping in! Oh! Auf der Backside! Backside in Reverse! This is the fucking thing! Dropping in! Let's drop them! That one! Oh dude! And for the people! Dummy, Dummy, Dummy! Was geht's? Was geht's hier? Eia! I like the rich one! There's a rich one! There's a rich one! Ist da irgendjemanden wachsen für den Dummy? Baller, in Baller, duyck! Und das ist das crazy zu sehen, wie die Pirds sich hier reinschmeißen! Und jetzt hat er die Hitze von Eina... Schönes Ding, Maja, so, hinter der Matte, mit der Stich, und auf die Grund, Zimmern, Start, Sticky in der Erse, wieder hin, bauen, wenn der motherfuckin' Trait erlohnt, Halt hier auf der Surfer, check it out, so, jetzt, Feeding Neck, Tail High, Backside A, Reverse, Tail High, Hell High, Hell High, Hell High, Hell High, Start, jetzt, Sticky Out, nice and speed, Suck, damit bitterlich, auf seiner Fernseite unterwegs, sitzt der Jais täglich in die Luft, die Pusse, Ausgleichsdruck, Backside Package, auch fast Bandschänder, auf seiner 듯zahreCK, Halt hier mit mehr S После ber Control sieht maninha когда das wild, mit mehr S lists Kuhl, super Bus dich wohl wieder speeltён, din kihl through the Fill, achen, nki, 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 korfriesener trickery hat sich hart, und, jetzt, der Emmy, er Emmy hat den Surftruck ausprobiert, jetzt, gehst los, Achtung, 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 GROSER ACKLAUS hier, hier ist der Schüler von Avag, Kopf Gangster hier gerade am Weg, um das keine dritte – trainiert, Das ist ganz neu in der Gang, ja, also wir sind hier Inclusion und alles, ja, und jetzt sehe ich es noch nichts, kann keine Tipps geben, aber er macht, er probiert es aus, das ist schon mal nicht schlecht. Und sehr weit vorne ist schon mal eine gute Strategie, let's go! Oh, der Eidert-Hausgleich, es ist auch schwierig, Surf-Cobbing ist halt echt eine schwierige Sache. URN so 27% soulashhst, she is there, is it okay! Wieder Eure arri Nar Escher, thanks a everyone knows, EIFFF, EIFFF von der HDesあっzeана aus! Was sehr fängt! But we got it right there, manda fuckers, Netherlands and gentlemen, you will never see such things, again this is EBA, Adam Trost! Musik Jetzt der Moritz, schon richtig on fire! Naked! Schöner! Moritz auch ein heißer Anwärter auf Israel, da wird heute bestimmt auch noch was gehen. Wann geht das denn eigentlich durch? Ich bin in der Welt! Ich bin in der Süsschein! Ich bin in der Süsschein! In der Süsschein! Wir werden diese Liebe im Ernst! Ja! Das war's. ARD Text im Auftrag von Funk Musik Vielen Dank.